er muss jetzt erst mal herstellen asche muss sie daraus herstellen und kann ich da unten eine weed farm machen die weed farm gibt uns weizen und weed ja die muss ich auch noch abwehren ich kann das im schlaust jetzt machen die ganze zeug kann ich ja noch manuell am besten machen ich glaube ich dass sechs ein halb sechs reichen werden was 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 ja gut habe ich gesagt aber wird schon immer wieder runter hat glas flächeln schiff ist eigentlich nur so du hast sicher ich gerne nur für dich konnte man da nicht in item filter machen oder so oder konnte man die nicht film ich glaube das ging nicht nur ach dann mache ich das dann filter ich das anders ja ja mit dem arsch nicht ganz ich kann es mir mal mache ich brauche da irgendwelche redstone fackeln oder stieg sei nachher hat noch holz glaube ich fertig ja ja aber wieder zehn milliarden fackeln gebaut hast ich habe ich bei mir wie viele die ganzen sechs bei mir wie viele sechs sind das denn 6 6 lol warum warum so viel das ist viel zu viel das ist ein bisschen was drin ne wie gesagt drei stacks haben schon nicht gereicht übertreib einfach mal ah dirt creeper dirt creeper dirt creeper hauer ab hauer ab habe ich gesagt mini skelett der ist da ja und dann kommt natürlich noch ein großes skelett ist klar und dann kommt noch mehr skelette noch mehr spin ja das ist grad mies weißt du was fies ist das deine oma ist das wo weiß man was um die wände wieder dicht zu machen du bist dichter so weiß ich hä ich weiß dass du dicht bist hö 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 goethe war dichter ne 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 das kannst du jetzt äh nicht äh so sagen doch das kann ich ne ne was auch die wahrheit ist ne das glaube ich dir einfach nicht äh doch musst du aber ja jetzt brauche ich Erde ach jetzt im Haul doch die dörte 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 hallo beherrsch dich doch mal schäm dich und ich will Erde herstellen warum ich nicht hier weil ich nichts gemacht habe zweimal O einmal SI ok 1 2 3 4 5 6 normaler creeper wow gibt es die auch noch zum Wundern so hä creeper was musst du denn hier ähm wir haben einen creeper spawner hm hm creeper spawner creeper spawner und davon er hat gerade ein creeper gebrannt eins zwei das eins zwei das sag ja das wird immer schlimmer hier ich mag das jetzt schon hast du gehört? ne ich höre da nichts achja das sieht sonst wahrscheinlich dementsprechend ausgeschaltet ne bisschen leise sag ich mal so so extrem aber das hab ich gehört das war Dirtky mit einmal Tochter um die Eck gehauen und explodiert drexx das habe ich gehört so tun wir noch bisschen Erde rein dicht machen jetzt mal soweit wieder alles Güte, war dich da. Ich weiß. Flash sei nicht so schlecht. Doch, Flash ist super. Superschlecht. Warum singen wir eigentlich immer in so'n Let's Plays? Äh, das machst du grad. Diesmal hab ich das heute noch nicht gemacht. Noch nicht. Bist du immer derjenige, der gleich am Singen ist. Boah, erstmal muss ich was essen. Sonst verreck ich hier noch. Er muss essen, essen, essen. Und das wäre nicht so schön, wenn ich verrecken würde. Nein, unser Leben, du Affe. Ja, meine Güte, ich hab auch schon Leben verballert. Du meinst, weil wir auch schon mehrmals, ähm, ja. Komplett vom Server gebannt waren. Ja. So, arbeitest du jetzt hier, oder was der? Ich hab aber nix mehr dran, okay. Ich hab das nicht gemacht. Danke, Jack Creeper, da hast du mir ein bisschen Arbeit erspart. Was brauch er denn noch? Ach so, das ist ein Redstone-Geschiss. Jetzt erst. Smooth, Sandstone, ach. Ah, okay. I know, I know, I know, okay. Oh, hast du deine Leute mit in die Luft gejagt? Oh. Wicks, auch Sandstone-Wicks. Ich find's lustig. Wow. Was war das für ein Creeper? Ein schwarzes Mistvieh. Ein explosiver Creeper. Ein Ender-Creeper. Sand, Sand, Sand. Aber der sieht dich ja gar nicht, ne? Das weiß ich. Keine Ahnung. Pixel Ultimate? Was ist das denn für ein Creeper? Zwei. Drei. Vier. Sensor mal, glaub ich. Oh, kann man den Sensor wieder zurückkräften? Ne, ne? Okay, muss ich jetzt gucken. Weiß ich ja gar nicht. Hm, hm. Na, ich muss doch mal ins ME. Was steht da? Squid Bird. Keine Ahnung, Creeper. Hoffentlich stirbst du. Fuck, was für ein Mistviecher. Aber hat den, ähm, Ender-Creeper mit in die Luft gejagt. Okay. Boah, verdammte Axt. Sandstone. Sand. Wird echt immer gefährlicher. Oh, mein, mein Hammer ist fast im Arsch. Ja, und den neuen. Wird Sandstone oder Sandstone Bricks? Ja, jetzt beides. Ja, wie, sag nicht. Wie viel Spawn hat den Typisch hin? Smooth Sandstone Bricks oder Stone Bricks? Okay. Ey, ich komm hier nicht weiter, ne? Sand Sand. Hier alles voller, so voller Spinnis und dann noch die Creeper dazu. Ja komm, mach bumm, Küper. Mach bumm. Mach bumm. Mach bumm. Hab ich gesagt. Du sollst bumm machen und ich exp... Nicht. Boah. Mann. Die sche... Ich komm hier nicht weiter, weil die scheiß Spinnnerven. 18. Das freut sich doch gerade. Man hört's so richtig. Mhm. Aus ihm raus. Können wir echt nicht weiter, wegen den Spinn. Aua. Dann noch diese kleinen Scheißspinnen, die überall durchkommen. Muss jetzt mal was essen. Aber ich hab schon mit 28 Level. Okay. Kann man, äh, ja mal machen, ne? Mhm. Nee, die spinnen so schnell wieder, ne? Ich kann nicht mehr so. Muss das mal schaffen, rechtzeitig auszumachen grad. Bumm. Ja, hab ich access für dir in das nehmt. Wow. Hier ist ja alles voll grad. Bumm. Ja, hab ich access für dir in das nehmt. Wow. Hier ist ja alles voll grad. Bumm. Du machst du, ne? Du machst bumm. Deine Oma macht bumm. Warum? Warum hab ich keine Schaufel? Du behindert bist. Ich hol' mal ne Schaufel. Ja. So kann ich nicht arbeiten hier. In Deutschland, Deutschland. Mach's ja ruhig. Okay, das ist dicht gemacht, denn noch hier erstmal schnell dicht machen. Du bist dicht. Ich nehme mir die geile Schaufel. Voll. Ab und zu explodieren hier einfach Küber ohne... Ja, weil die bestimmt irgendeinen Schaden kriegen oder so, oder von der Nähe sind. Ja, noch nicht mal in der Nähe. Boah ey, diese scheiße Spawner, ne? Ein Creator Pack. So. Lass mal die Spawner ausleuchten. Könnt ihr auch abbauen. Aber... Kann man auch nutzen. Hm? Kann man noch nutzen. Ja. Was haben wir hier drin? Dann Paula. Aha. Und da haben wir... Protection Chestplate drin. Jetzt müssen wir wieder so Freiräumen nehmen wir im Tal. Boah ey. Du kriegst so viel Spinnfäden und alles, ne? Dadurch. Kann man kaputt machen. Ja, kann man kaputt machen. Oh, bau dich immer mal ab, Bischler Chef. Ich habe keine Axt dabei. Deleted. Du bist schon so Deleted. Ich glaube, ich nehme gleich ein anderes Kabel. Hm. Ich mache den Block da weg, kommt die nächste Spinne reingerannt. Verfreut sich doch. Hm. So richtig, weißt du doch. Boah, du Spinne. Verpiss dich. Dein Bildern in die Kacke setzen. Gas geben. Vielleicht hat er schon verbraucht. Null. Okay. Ah, jetzt kommt es. Jetzt kommt es. Jetzt kommt es. So muss es laufen. Sauber. So kann das mal ein bisschen laufen. Oh. Wie nervig die Scheißspinnen sind, ehrlich. Ah, geil. Hat er super gemacht. Das wird echt die nervig sind. Das wird echt die nervig sind. Das wird echt die nervig sind.